Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch mal den Aldi Prospekt vor, weil, weil unglaublich viele Leute haben mich angeschrieben. Pyrotechniker 16, stelle ich mal noch einmal vor. Pyrotechniker 16, stelle ich mal Aldi vor, Netto, was weiß ich alles. Und ich dachte mir so, okay, jetzt mag ich halt mal die Hauptläden und ja, wir fangen mal an mit Aldi. Ich mag es jetzt anders als die anderen YouTuber, ich werde jetzt nur die Artikel vorlesen. Die ich kenne und zu denen, was ich was sagen kann. Also wenn ich ein paar auslasse, wundert euch nicht, die sind dann entweder scheiße oder ich kenne sie nicht. So, okay, hier scheiße, 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 nochmal scheiße, hier ist es geil. Ihr seht es, voll auf die 12, sehr geil wieder Design wie jedes Jahr. Fangen wir hier an, die Merlin, altbekannte Palermo, gelabelt noch Sirius und noch weiter. Keine Ahnung, wie sie heißt. Mega geile Cracking Fontäne. Also, ja, kann ich nur eine Empfehlung aussprechen. Für 3 Euro kann man dann nichts falsch machen. Ähm, ja, richtig geil. Wie gesagt, ich werde euch jetzt nur die Sachen vorstellen, die ich geschossen habe, beziehungsweise mit denen ich mich auskenne. So, also die ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Hier die Swords of Fire. Ähm, habe ich mir letztes Jahr gegönnt, könnt ihr in meiner Einkaufstour nachschauen. Mega geiles Teil. Also Leute, für die Läden, ich bin ja nicht so der Fan von den Läden. Da gibt es nicht so geile Batterien und die haben einfach nicht so viel, ja, nicht so viel Power. Aber diese Batterie hat am Ende ein Megafinale, wo auf Schlag, ich weiß gar nicht, waren da Heuler dabei? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist die ultra geil. Kauft sie euch. Mega geiles Teil. Dann hier die altbekannte Atus, Reno oder wie auch immer. Ähm, kann man sich immer wieder mal holen, sag ich. Ähm, andere YouTuber, sie sagen jetzt, ha, langweilig, langweilig und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich sage, das Teil kann man sich jedes Jahr mal holen. Ja, okay. Dann, die kenne ich nicht, keine Ahnung, habe ich noch nicht geschossen, glaube ich. Beziehungsweise kenne ich schon, aber habe ich noch nicht geschossen. Also sage ich nichts dazu. Hier die Wolfblatt, ähm, ist die umgelabelte Toronto. Ähm, sehr geile Batterie, Leute. Früher, vor 5, 6 Jahren habe ich die mal gekauft, da war ich noch so, keine Ahnung, 14 oder so. Und da bin ich ultra ausgetickt, weil die Effekte waren ultra heftig so. Ich glaube, das ist so, keine Ahnung, so Gold-Effekt oder, ich weiß gar nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die schon länger mal nicht mehr geschossen, so 2 Jahre. Aber die ist ultra geil, Leute. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal holen. Äh, auch für wenig Geld ist die echt okay, 9 Euro, Leute. Also das ist wirklich nichts, ähm, für mich jetzt. Ähm, ja. Dann gehen wir mal auf die zweite Seite. Dragonfire. Also das finde ich schon ein bisschen armselig, dass Veko oder Helios, ist ja scheißegal. Die ihr jetzt nach der Dragonfire benennt, weil ich, keine Ahnung, für mich gibt es nur eine Dragonfire und ihr wisst, welche ich meine. Und die ist einfach nur mega geil vom Design. Und da kommt einfach Feeling auf. Ich glaube, die ist neu, glaube ich. Also ich kann dazu wirklich nichts sagen. Für 20 Euro, ähm, wie viel Gramm hat die, hat das Teil denn? Ich schätze mal so um die 500, auf jeden Fall. Ich denke mal, die werde ich mir zum Testen mal holen. Dann hier so ein Verbund, Sky of Diamonds. Nein, Leute. Ihr wisst, kein Büro-Youtuber ist so ein richtiger Fan von den Verbünden, von Aldi und so weiter. Dann hier King und Queen, 30 Euro. So, hm, Excalibur, Leute. Also da muss ich mal was dazu sagen. Viele YouTuber haten die ja unglaublich. So, ich sag da was anderes dazu. Für die Leute, die jetzt wenig Geld haben, ist das Teil perfekt. Das Teil schießt zwei Minuten, zwar ultra langsam, aber wie ich früher wenig Geld hatte, war das für mich das, keine Ahnung, das Highlight. Ich hab so zwei Minuten für 20 Euro. Also das Teil, also für Leute, die wenig Geld haben, ist das Teil schon geil, finde ich. Also die schießt zwar ultra, ultra langsam und mir jetzt in diesem Zustand viel zu langsam, aber für Leute, die wenig Geld haben, ist die geil, finde ich. Also, sag ich, meine Meinung. Screaming Grizzly kann ich auch nur eine Kaufempfehlung aussprechen. Die ist ultra geil für 9 Euro. Die Heuler zünden relativ schnell, 300 Heuler. Und, ja, dann hier die Mystic Moments, eine sehr, sehr, sehr geile Feuertopfbatterie. Richtig geile Batterie, hole ich mir bestimmt dieses Jahr auch einmal so. Die ist einfach nur mega geil, ich finde den Effekt richtig premium. Und für 8 Euro könnt ihr da nichts falsch machen. Ja, kann man nichts falsch machen. Hier die Ironheart, 25 Euro, ja wieder so ein Verbund. Ich denke, das kann man sich mal holen, also das schaut ganz okay aus. Ja, ich schätze mal, wer ein Verbund sich holen will, holt sich entweder das oder eventuell das Golden Kingdom hier oben. Ja, dann hier Magical Sky für 10 Euro. Ich glaube, das sind zweimal die Powerbox, wenn ich mich nicht irre, zweimal die Powerbox vom Lidl. Und, ja, für wenig Geld kann man sich die holen. Das ist jetzt keine Ultra-Effekt-Batterie, die hat nur so langweilige Kometen. Aber, ja, für wenig Geld kann man sich die holen. Oh, hier richtig geil. Camelot. Ein Raketensortiment, das vorletztes Jahr Berlin noch geheißen hat. Jetzt heißt es Camelot. 19 Euro, finde ich, zu teuer. Liegt aber auch daran, weil da ist zwar eine Sonne drin. So, Kanonenschläge und hier Reifkopfböller, was ist der Rest? Wunderkerzen, hier so komische Stäbe und Gold- und Silberregen. Leute, wenn ihr euch dieses Sortiment holt und dann, keine Ahnung, dann holt ihr euch das noch, dann seid ihr ungefähr auf den gleichen Preis und habt viel mehr. Also, meine Meinung jetzt. So, also das würde ich euch nicht empfehlen. Gala hat sowieso nicht, das ist der größte Scheiß. Also, Veko, bitte nehmt das aus dem Sortiment raus, sonst, keine Ahnung, bringe ich mich um. Nicht. Avalon, oder wie man das ausspricht, 10 Euro, hat sonst immer Paris oder so geheißen, keine Ahnung. Kann ich eine Kaufempfehlung aussprechen. Sehr billiges Raketensortiment mit einer schönen Kette. Und Fröschen und so weiter. Ja, also kann ich nur eine Kaufempfehlung aussprechen. Sehr geil eigentlich. Ja. Dann hier Ivanhoe, oder wie man das ausspricht, glaube ich schon. Ähm, ja, das ist eigentlich das Highspeed-Bombs. Ich liebe eigentlich die Raketen, aber seit den letzten zwei Jahren, glaube ich, sind da so hässliche Scheiß-Drecks-Bombbänden drin. Sorry für meine Aussprache jetzt. Aber es ist so, die regt mich richtig auf, wenn da so eine langweilige Pompette erst rauskommt, so eine winzige. Und dann kommt der winzige Zerleger. Veko, bitte, macht da wieder so geile kleine Kugelpomben rein. Ich habe die ultra gefeiert, aber jetzt finde ich die so scheiße, wenn da so kleine Pompetten drin sind. Also, wenn da, ihr könnt ja mal schütteln oder was, wenn ihr bei der Einkaufs-Dur seid, wenn da so kleine Pompetten drin sind, kauft sie euch nicht, dann ist das wirklich scheiße. Dann hier Lancelot, glaube ich heißt das, ja. Ja, das kann man sich holen, Leute, finde ich auch gut, wenn, normalerweise, ja, okay. Die kann man sich auch holen, wenn da die Pompetten drin sind. Ist ein ganz nice, das Raketensortiment. Und, ähm, gibt es von mir eine Kaufempfehlung. Dann hier, schöne Vulkane, Magma-Monster. Heftige Kaufempfehlung von mir. Ultra Hö- ähm, Ultra Hö- äh, Ultra Hö- Die Ultra heftige Steighöhe. Jetzt habe ich mich einbekommen. Ähm, kann ich nur empfehlen. 9 Euro, zwar ziemlich teuer, sagen die meisten Familien. Ich sage aber, der Vulkan lohnt sich extrem. Mega Qualität und einfach nur geil. Dann hier, Art of Lights. Ein richtig geiles Leuchtsortiment. Ähm, kann ich auch nur eine Kaufempfehlung aussprechen. Finde ich mega geil. Ähm, ja. Warum nicht? Kann man sich mal gönnen. Wenn man wenig Geld hat. Ich würde es mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr holen, weil ich habe genügend große Artikel. Ja. Dann hier Black, äh, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Night oder Kneid oder was, Geier was, keine Ahnung. Äh, ja, ist so ein römisches Lichterrohr. Finde ich jetzt persönlich scheiße, weil, ja, ist nichts Besonderes. Sind also 210 Teile, die schnell, also 210 Kometen, die schnell losschießen. Und, ja, würde ich mir jetzt persönlich nicht holen. Finde ich langweilig irgendwie. Dann hier hinten noch ein paar. Klasse 1. Ah, genau. Thunder Cube, ähm, ich sag mal so, die Kubis sind in den letzten Jahren extrem schlecht geworden, meiner Meinung nach. Vor 3, 4 Jahren fand ich die noch ultra laut. Und jetzt, ich weiß nicht, die sind irgendwie scheiße geworden. Kann man sich trotzdem für 2 Euro gönnen. Also, ja, gibt es von mir trotzdem eine Kaufempfehlung. Wo es auch noch eine Kaufempfehlung gibt, gibt es hierbei den schönen Big Bang Sortiment. Ähm, 2 Euro kann man nicht sagen. Also, kann man gar nicht sagen. Ist ultra billig. Ähm, für die, und für den Zuschauer, oder für die Zuschauer, die jetzt bei mir gerade das anschauen, die wenig Geld haben, ist das extrem gut. Holt es euch 3 Mal. Dann seid ihr ausgelastet für, für den Abend normalerweise. Und holt euch noch vielleicht einen Schinken, oder was, und dann passt das. Ja, gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Hier ein schönes Klasse 1 Sortiment. Fand ich früher ultra geil. Jetzt finde ich es scheiße, weil keine Kobold, ähm, Bombenten mehr drin sind. Also, jetzt heißen die Koboldfontänen, oder irgendwie so. Finde ich ultra scheiße. Kann man sich aber trotzdem noch holen, weil, ja, sind trotzdem 3 Mal Silberwirbel und Knatterbölle und so weiter dabei. Ihr wisst Bescheid. Kann man sich trotzdem noch holen. Ich würde es mir jetzt nicht mehr holen. Dann hier noch ein paar schöne Tischbomben. Finde ich zu teuer. Scheiße, 5 Tischbomben für 2 Euro. Leck mich am Arsch. Ähm, Maxi Star, super Wunderkerzen. Kann man sich immer wieder mal holen. Ähm, finde ich ganz cool eigentlich so, wenn die Familie so das Feuerwerk anschaut und die brennen so nebenbei. Ganz cool eigentlich. Äh, Brave and Hard, oder wie man das ausspricht. Äh, 7 Euro. Ein geiles Leuchtsortiment. Ähm, kann man sich holen. Gibt's nichts zu bemängeln. Ist halt ein kleines Leuchtsortiment oder Leuchtknallsortiment. Und, ja. Das war's dann, glaube ich. Hier gibt's noch schönen Hering. Ähm, frisch zubereitet von Pyrotechniker 16 und aus seinem Teich gefischt. Nicht. Äh, ja. Ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung gefallen. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die Artikel vorgestellt. Oder ich habe jetzt nicht alles vorgestellt und bin nicht so ins Detail gegangen, weil ich habe gesagt, was ich empfehlen kann, was ich nicht empfehlen kann. Und ich finde, das reicht. Ähm, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich extrem freuen, weil dann weiß ich, dass ich noch ein paar weitere, ja, Prospekte vorstellen kann. Äh, Prospekte vorstellen soll. Es ist ja wirklich nicht mehr lange, Freunde. Ich bin wirklich mega aufgeregt schon. Es geht wirklich bald richtig los. Es geht eigentlich jetzt schon los, aber ich meine, es geht bald richtig los ins Silvester und, oh, richtig geil einfach. Äh, ja. Das war's dann eigentlich von mir. Lasst es krachen. Wir sehen uns bei den nächsten Videos und, ja. Ciao. Ciao.